Der Junge gefällt mir. Der ist tough. Da würde ich am liebsten gleich mit dir reingehen und sehen, wie der wieder rauskommt. Action Base! Crazy Heart-Regisseur Scott Cooper konnte für seinen packenden Thriller Auge um Auge ein hochkarätiges Schauspielerensemble gewinnen. Im Mittelpunkt stehen Casey Affleck und Oscar-Preisträger Christian Bale als ungleiche Brüder. Russell ist jemand, der sich aufgrund seiner Verantwortung zusammenreißen kann, schon sein ganzes Leben lang. Sein jüngerer Bruder Rodney schafft das nicht. Ja, ich versuche nur ein bisschen Kohle zu machen. So eine Scheiße! Rodney, gespielt von Casey Affleck, findet nach dem Kriegsdienst keinen Job, fühlt sich verloren und ist nur noch voller Wut und Verzweiflung. Scheiße, ich brauche nur einen letzten Kampf, John. Verschaff mir einen guten Kampf, bitte! Er nimmt an illegalen, manipulierten Kämpfen teil, ist eine Kämpfernatur, durch und durch. Ich mag Geschichten, die die Abgründe menschlicher Beziehungen ergründen. Wie viel hat er dir geliehen? 1500. Meine Figur steht am Rande der Gesellschaft, hat es schwer und versucht, sich durchzuschlagen, in einer finanziell sehr schwierigen Zeit. Nichts Schlechtes dran, für sein Leben zu arbeiten. Für sein Leben zu arbeiten? Ich habe mein Leben für dieses Land gegeben! Und was hat es für mich getan? Hä? Scheiße, was hat es für mich getan? Es ist doch ein Film darüber, wie wir mit unserer Vergangenheit umgehen. Mit unserem Schmerz. Und wirst du ein guter Junge sein und so wie Patty versprochen hat, zu Boden gehen. Das Problem ist, dass die Leute da oben nicht kooperieren. Die haben ihre eigene Form von Gerechtigkeit und wir spielen dabei keine Rolle. Ich bewundere Menschen sehr, die für etwas kämpfen, anstatt aufzugeben und vor ihren Problemen davon zu rennen. Hast du ein Problem mit mir? Ich habe mit jedem ein Problem. Ich würde es als eine Art Liebesgeschichte zwischen zwei Brüdern beschreiben, die sich zu einer Rachegeschichte entwickelt. Das ist eher eine Revenge-Storie. Aber bitte unternimmt nichts. Okay, du hast es ja versucht. Das Casting für den Film hat meine Erwartungen bei Weitem übertroffen. Allen voran Christian Bale. Er ist ein Schauspieler, der alle anderen mitreist und zu großen Leistungen motiviert, weil er selbst so talentiert ist. Dann haben wir Casey Affleck, Woody Harrelson, Forrest Whitaker, einer unserer Besten. Zoe Saldana und Sam Shepard, eine Legende. Und dann natürlich Willem Dafoe. Solche Filme werden einfach nicht mehr gemacht. Man erzählt kaum noch Geschichten dieser Art. Es geht darum, wofür man bereit ist zu kämpfen und was man dafür aufgibt. Ich bin der Bruder von Rodney Bates. Und ich fahre mich ohne ihn weg. Es war eine meiner besten Dreh-Erfahrungen überhaupt etwas Besonderes. Ich denke, dieser Film ist einzigartig. Schonungslos, authentisch und nervenaufreibend. Auge um Auge zeigt meisterhaft, welche menschlichen Abgründe sich auftun können, wenn man nichts mehr zu verlieren hat. Ein starker Thriller mit einem imposanten Star-Aufgebot in Bestform. Auge um Auge. Ab 3. April im Kino. Ab 3. April im Kino.